Einen schönen guten Morgen, ich präsentiere Ihnen den ENG Markets Morning Call für Mittwoch, den 18. Juli. Mein Name ist Christian Zoller und ich bin Analyst bei BörseDaily.de. Gut, ja, es ist vollbracht. Der DAX ist über die Marke von 12.600 Punkten angestiegen am Vortag. Ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass es aufgrund des Verfalls Tavius dann am Freitag erst in der nächsten Woche geschieht. Einen Anstieg hatten wir hier im Morning Call eh erwartet. Gut, nun ist er eben über 12.600 Punkte angestiegen und ist bei 12.660 Punkten aus dem Handel gegangen. Damit wurde dann direkt ein mittelfristiges Kaufsignal generiert mit Anlaufmarke 12.870, 12.900 Punkte. Nachwürstlich stieg der DAX sogar noch deutlich weiter an, nämlich über 12.700 Punkte und ging dann gegen 22 Uhr bei 12.711 Punkten aus dem Handel. Werfen wir noch einen Blick auf den vereinfachten Tagesschart. Der hat uns in der Vergangenheit schon gut geholfen. Der Trend bleibt weiter long hier, vollkommen klar. Gerade nach dem Vortag, nach dem kräftigen, der Kreis hier ist weiter blau, also eben long. Die weiteren Marken, die Markierungslinien haben sich natürlich verschoben und die rote Linie befindet sich nun bei 12.780 Punkten. Die dunkelrote, braune bei 12.860 Punkten. Die hellgrüne bei 12.600 und die dunkelgrüne bei 12.550 Punkten. Im Bereich von 12.780 Punkten ungefähr könnten sich heute Short-Positionen anbieten, beziehungsweise spätestens hier könnte man überlegen, ob man Long-Positionen verkauft. Um die tiefer wieder zurückzukaufen. Aber gerade eine kleine Short-Position könnte sich in diesem Bereich anbieten, die man dann etwas über 12.860, naja, 12.900 Punkte absichern könnte. Diese Short-Position, wenn man die denn eingehen möchte in dem Bereich, könnte man im Bereich von 12.680 Punkten ungefähr verkaufen. Das ist so eine kleine Short-Position, die sich empfehlen würde, die gegen den Haupttrend gerichtet ist. Die bietet sich aber an, weil der DAX in diesem Bereich auf Widerstände trifft und ziemlich überkauft wird. Gut, ich rechne also hier spätestens im Bereich von 12.780 Punkten mit einem Rücklauf. Die genauen Marken für den Rücklauf, die werde ich noch ermitteln. Die werde ich dann in den nächsten Morning Calls noch erwähnen. Aber ich rechne nicht mit einem Trendwechsel. Also mit dem Durchbruch vom Vortag über 12.630 Punkte wurde klar ein mittelfristiges Long-Signal generiert. Die nächste Anlaufmarke, die gucken wir uns gleich noch eben an, im Wochenchart. Die wird im Bereich von ungefähr 12.900 Punkten liegen. Da soll der DAX nun sich hinbewegen. Rückläufe im Tageshandel sollten aber dann bereits schon im Bereich von 12.600 Punkten, 12.550 Punkten auslaufen. 12.400 Punkte sollten nicht mehr erreicht werden und 12.270er sind Durchbruch unter 12.400, steht momentan überhaupt nicht auf der Agenda. Der Trend, der ist eben nun klar long und Korrekturen im Tageshandel bieten sich dann oder würden sich dann zum Kauf anbieten. Wobei der Verfallstermin am Freitag aber doch noch Bedeutung hat. Der Verfallstermin legt nahe, dass die Abrechnung um 13 Uhr höchstwahrscheinlich unter 12.630 Punkten, 12.650 Punkten ungefähr in dem Bereich stattfinden wird. Das ist kein Gesetz, kein Naturgesetz, das kann natürlich anders kommen. Aber in der Vergangenheit hat sich das Open Interest, mit dem man eben diese Marken berechnet, gut bewährt. Hier haben wir nochmal den Wochenchart. Der DAX befindet sich hier noch am Widerstand von 12.700 Punkten. Der sollte dann weiter ansteigen und eben Kurs nehmen auf 12.900 Punkte. Am Freitag oder vor dem Freitag bereits könnten noch Rückläufe stattfinden unter 12.650, 12.630 Punkte. Das sind eben Korrekturen, die man zum Kauf nutzen könnte. Das Kursziel mittelfristig bleibt eben der Bereich von 12.900 Punkten ungefähr. Das wird dann noch näher eingegrenzt, dann in den nächsten Morning Calls. Gut, der Trend ist eben nun Long. Anlaufmarke sind 12.780 Punkte kurzfristig, dann 12.900 mittelfristig. Im Bereich von 12.780 Punkten bieten sich kleine Short-Positionen an. Rückläufe vorher in den Bereich von 12.600 aufgrund des Verfallsterminen bieten sich für Long-Positionen an. Der DAX sollte sich eben auf 12.900 Punkte zu bewegen und agieren kann man eben an den genannten Marken. Gut, das wäre es dann auch schon wieder. Ich werde mich dann wieder am morgigen Donnerstag melden, dann mit dem Morning Call und vielleicht steht der DAX dann schon wieder deutlich höher. Achten Sie auf die 12.780 Punkte in diesem Bereich. Wie gesagt, würden sich Short-Positionen, kleine Short-Positionen anbieten, die man dann in einem Rücklauf schnell wieder verkaufen sollte, weil der Trend eben Long ist. Bis dahin, machen Sie es gut und bis morgen.